Es hat man der Sarg gefunden, dass eine Art, ähm, heißt das. Ich betalte ein neues Nachtfalter. Hier zeige ich euch informiert, es sei heute einmal. Und auch einmal, ein Sorge ist es nicht gut, okay, okay, vom Ohr, es sieht ja nicht süß aus. Okay, werde ich das einmal euch größer zeigen, wie schön er aussieht, und das. Es ist eine große Ehre von mir, uns zu sehen. Mit den heißen Menschen sehen wir nichts mehr. Wir haben unser Vater ein bisschen gefunden, auf jeden Fall Sonntag oder Samstag, 22. und Juni, ja, ähm, ich bin sehr froh, dass ich es gefunden habe, einen. Und dann hat es mal gedacht, von hinten sieht er in wie die Rüge so aus. Dann habe ich gedacht, dass ich die Baby-Rüge sein kann. Oh, aber das stimmt nicht. Ja. Hm. Und ich hoffe, ihr habt mir meine Video gefallen. Den Daumen hoch. Und sie ist mir... Ja. Und so noch ein bisschen Zeit für euch im Anzeuge zu schauen. Schauen. Das ist ein Zimmer. Ach, ich mache es noch einmal, klein auf einmal, bei der Videokamera. Ich sage, ich bin ja froh, wenn das so. Ja, hier noch einmal vernehmt. Sieht sich süß aus, nicht wahr? Ja. Nein. Ja. Vielen Dank.